Ich kriege auf der Gar-Song schon viele Angebote, was die Musik angeht. Also ganz gravierend ist da, glaube ich, die Gar-Song Big Band. Genauso wie ich mal die Angebote der Musikschule wahrgenommen habe, wo ich Sachs von gelernt habe. Ich finde es auf jeden Fall super, dass ich hier abends auch die Möglichkeit habe, einfach mal einen Ausgleich von der Schule zu haben. Wir haben ja teilweise bis halb sieben Schule. Und dann können wir uns nach dem Abendessen trotzdem hier gemeinsam treffen und auch gemeinsam Musik machen, weil es einfach auch verschiedene Leute gibt, die dieselbe Leidenschaft haben. Bis zum nächsten Mal.